Hey und Willkommen zu einer kleinen Runde Bloons Toad Defense 6 heute zusammen mit Maudado. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Herzlich Willkommen, wir werden Ballons vernichten. Ich werde dir alle abschlafen. Los mein Held, ich platziere dich in der ersten Runde. Warte, wir nehmen heute mal bei euch. Wir nehmen heute einmal die Permaladung, das mache ich. Und Maudado nimmt das, was ich schon mal in einen der älteren Parts genommen habe. Moabé, ja schon. Okay, okay. Wo denn? Ach da! Held, Held. Aber warum? Ich muss in der ersten Runde platzieren, sonst wirst du in den Kommentaren geflamed. Achso, aber ich habe kein Geld. Okay, gut, dann sterben wir jetzt. Bin gespannt. Wir haben nicht. Doch, ich habe nichts gestellt, guck's dir an. Toll, schon tot. Gibt's mir gerade Geld? Hä? Ich habe genug Geld! Willst du den Held platzieren? Willst du den Held? Ja, mach ich, mach ich. Ich stelle den jetzt einfach mal, einfach mal hier hin. Jetzt mach platzieren doch! Da ist er! Warum dahin? Ja, weil ich keine andere Wahl habe. Leiner nun! Junge, ich kann das Spiel richtig gut. Ja, richtig krass bin ich. So, ich entferne das. Komm her, Helicopter. Schieß. Warum entfernst du das? Damit ich da was hinbauen kann. Und jetzt. Los, mein Bumerang-Affe! Ah, zu dem Affen? Schau mal. Warum ist denn da Eis? Ja, das hab ich gebaut. Warum machst du denn nicht Eis über mich? Weil wir hier bauen. Wir bauen ja nicht. Junge, ich habe zuerst das Grundstück reserviert. Ja, genau. Und der Immobilienwert wird halt so krass am Spornsteigen. Null, guck. Hier, boah ein Typ. Boah ein Typ. Was machst du jetzt? Ja, was soll ich machen? Du kriegst keinen einzigen Kill. Das ist ein Argument. Okay. Dann hol ich hier noch eine Farm, damit ich ein bisschen Geld bekomme. Kann ja auch ein paar Kills. Ja, klar. Ich lass sie durch. Danke. Er glaubt doch alles. Erhöhte Produktion. Er glaubt doch alles. Größere Produktion. Als ob du so viel gespart hast. Ja, hab ich viel gespart. Ist das schön. Jetzt pack ich da noch einen schönen Sammler hinten. Wo pack ich den denn hier? Da hin vielleicht. Geht das? Ja. Hab ich ja gerade ne... Er hat nix gesehen. Er hat nix gesehen. Okay. Okay. Er hat nix gesehen. Nein. Er hat nix gesehen. Jetzt hab ich viel mehr als du. Wie oft hast du gemacht? Sag ich nicht. Was würdest du sagen, was ist der zweite Skilltree, in den ich reingehen soll? In die Gläden oder in den Schnellen? Äh, warte. Ich analysier das. Warte. Ich würd sagen in die Schnellen, oder? Also der sorgt ja dafür, dass alles zurückgeboostet wird. Deswegen würd ich schneller sagen, oder? Ja, in die Schnellen. Ja, klar. Natürlich. Was ist das für ne Frage? Ach, ach so. Hast du so lange zum Antworten gebraucht. Ja, ich muss erst mal gucken, was da ist. Zack. Ein Affendorfin. Du hast insgesamt jetzt schon zwölf Ballons getötet. Zwölf? Echt jetzt? Erzähl mal deine Bubarak ab und zusammen. So gut bin ich. Ja. Da, sieben, neun, drei. Oh. Ja, aber ich bin ja dabei. Das stimmt. Und das ist alles, was zählt. Alter! Ich mein, du hast auch erst so zwei, dreitausend. Aber, was zur Hölle? Wie mir mein, mein ganzes... Ja, okay, dann mach das so weiter. Okay. Okay. Ist da eine Runde? Meine Runde? Schiffle ich jetzt nur Geld, ist okay. Okay. Alles klar. Ja, dann stell ich da noch was hin. Du kriegst aber nix von meinem Geld. Ja, ist okay. Ist okay. Hätte ich auch nie erwartet. Ja, genau. Zwei. Und dann in die Mitte. Bionic Bumerang. Er setzt einen Arm durch einen starken bionischen Arm, der Bumerange äußerst schnell werfen und Bloons der Morp-Klasse mehr Schaden zufügen kann. Das war never ever korrektes Deutsch. Aber ich kann ja nix dafür, wenn das da so steht. Hä? Zaaah. Bionic Bumerang. Danke. Da, guck mal. Oh, das sieht schick aus. Ja, ich hab ihm ein Auge ausgestochen. Sehr gut gemacht. Danke. Kannst du mal einen Eisaffen da neben mich machen, zwischen dem Dorf und meinen bionischen Typen? So, hier? Ja, genau. Danke. Und da nochmal Schneesturm scaleen. Ja, braucht noch Geld. Ja, dann spar doch mal. Oh, wieder kein Geld. Alle Bloonsarten platzen zu lassen. Hätte ich nur Geld. Ja, ich kann dir nichts geben. Ich hab grad nichts. Das ist 4400. Ich seh das. Hä, warum siehst du das? Kann das einsehen? Ich hab gar nichts. Guck doch. Ich hab wieder 4000. Ja, warte. Da. Als ob du mir wirklich das Geld gegeben hast. Wie blöd kann man sein? Warum? Nein, du brauchst das Geld. Du brauchst das Geld. Ich baue nichts mehr. Das ist deins. Ich brauch das Geld nicht. Hier. Nimm du's, Manu. Oh, ich hab genug Erfahrung. Ja. Turboladungsfähigkeit. Dieser Affe greift 10 Sekunden lang unglaublich schnell an. Oh, ja. Das mach ich so gerne. Wenn ich diesen Heli zum Umplatzieren hätte, dann könnte ich eigentlich... Rüber zu mir. Ja. Hier, dann mach. Ich hab grad mal 600 bisher besiegt. Ich bin einfach krank. Das bist du. Richtig gestört. Ja, dann skill ich ja mal Turboladung. So. Oh, jetzt sehen die schon krasser aus. Jetzt hab ich dreimal die Fähigkeit. So, mein Lieberaffe. Sonst weit Manu rum. Ja, ja. Okay. So. Ich brauch noch mal ein bisschen, dass ich den Echsen platzieren kann. Pass auf, pass auf. Turboladung! Oh, da. Guck dir an, wie schnell. Man hat's gerade kurz gesehen. Äh. Dieser Regenbogen-Effekt. Oh, da, 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 da. Ja, ich seh's. Da, und jetzt auch mal. Oh. Da, guck mal, du boostest sie zurück. Ja. Und meine Viecher greifen kaum an. Ja, warte. Wie du mein Leben zerstörst. Ich verschieb den wieder. Ich verschieb den. Warum bist du denn nicht weiter nach rechts gegangen? Ja, genau. Das ist doch viel schöner. Wie, doch nur zwei Plantagen hast. Krass. Ja, hä? Jemand muss ja nicht carryen. Wie, du carryst doch gar nicht. Hier. Dann baue ich das da ab. Für später, falls wir da was hinbauen wollen. Ich glaub nicht. Ich kann, ich kann noch mal einen da hinstellen. Guck mal, wir haben mehr Leben. Haben wir? Ah, jo. Was hast du getan? Dein, dein Abwurf-Ding, ne? Ja. Wir schaffen das mit der Erfahrung, mir fehlen noch 30.000. Ich glaub nicht. Soll ich alles abrissen? Meinst du, dann schaffen wir's? In zehn Runden? Wie viel fehlt dir? 30.000. Nein, das schaffen wir nicht im Leben. Okay, reiß mal deine Bummer-Ringchen ab. Schaffen wir's so oder so nicht? Doch, schaffen wir ja. Hier den Rest. Den kill ich. Dann hol ich mir die Bananenzentrale. Oh, Alter, wie die weggeschreddert werden. Ja. Ja, du schaffst das, Mann. Ich vertraue dir voll und ganz. Echt? Ja, natürlich. Meinst du, ich krieg jetzt mal eben noch 20.000 Erfahrung? Ja, klaro. Okay, ja, cool. 11.600 habe ich. Ah, ja. Dann hast du 1.600 gerade dazu bekommen. Ja, gut. Warte mal, guck mal kurz weg, Maudado. Okay, Augen zu. Ein bisschen länger noch. Okay, okay. Warte, noch Augen zu. Oh, oh, ich hab's. Ja, ja, ich hatte genug Erfahrung. Da ist es. Oh mein Gott. Permaladung. Endlich. Oh, wir sterben gerade. Dann aktiviere ich schnell die legendäre Permaladung. Wow. Was macht das? Weil ich fließ mal einmal kurz. Permaladung verfügt über eine permanente, superschnelle Angriffsgeschwindigkeit. Die Fähigkeit vergrößert die Lethalität sogar noch mehr. Die Lethalität? Ethality. Und, warte mal, das aktiviert jetzt und dann... Die Tödlichkeit. Ja, 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 das weiß ich. Aber das Problem ist, da kommt gerade keiner zu mir. Warum hast du auch den ganz hinteren gemacht? Ja, weil der, weil der schön die Mitte trifft. Weil der nicht nach vorne stellen, nicht nach vorne links kommen. Du brauchst du Geld? Nee, kannst du es selbst bauen. Ja, warte, warte. Ja, ich baue eben den Schmelimob da. Dann verschiebe ich ihn einmal. Support Chinook. Grappt sich den coolen Typen und platziert ihn schön nach vorne. Zack. Chinook. Trag ihn bitte. Danke. Sehr nett von dir. Und... Ja, Speed. Oh, nochmal. Okay, okay, ist das nicht mein? Komm, ich stell meinen oben neben deinen. Ja, mach das. Ja. Keiner kommt mehr durch. Finale Welle. Ich seh nix. Und? Hallo? Hä? Hier komm ich im Monitor rein. Warte... Ja, nice Gameplay. Hä? Wir haben einfach gar nichts gesehen Er drückt nochmal immer auf weiter Freies Spiel Und was ist, wenn wir jetzt beide den Typen dahin stellen? Du hast den Wegschubstypen Ja, ich mach das mal Ich hab den ja auch Und genug Geld Hier, dann schneller werfen Und auf stärkster Ach, du hast jetzt auch den anderen gestellt? Ja, cool Dann kauf mal noch ein Dorf Und skill auf das obere Damit die noch stärker und Schneller werden Und auf die Mitte Oh Dann verkaufe ich alles andere Echt? Okay, mach ich mit Außer meinen Helden Wir werden die nicht mehr sehen Ah, die Balance oder die vier Affen Man weiß es nicht Das ist so spannend Wenn wir es bis 100-300 schaffen Vielleicht Vielleicht kommen die Eisaffen als Verstärkung Sobald der Kudo wieder da ist Der Eisler Komm her, Benjamin Unterstütz uns Ja Absolut Kannst du bitte deinen Heli ruhig stellen? Warum her? Tanzt Äh, er deckt da hin und her Was soll das? Keine Ahnung Du bist eben auf Ankerpunkt Ach so, Anker 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 Festankert Festankert Anker Ist halt sein Anker Punkt Genau Genau Ich komm zu dir Da Oh, ist das schön Das wärs Was denkst du Ich sag in Runde 110 Und du Wir haben halt gar nicht abgedeckt Nach dem Eingang Sie können danach komplett durchfliegen Okay Ich glaube Du wirst was passiert So spät Ja, weil wir eigentlich ganz gut sind Mit den Blooms Die ist hier, dass wir die zurückwerfen Die großen Die Morbs Warte, ich weiß, was wir holen können Bau mal ganz viele Helikopter Chinooks Damit wir uns Leben kaufen können Und dann mach fest Verankert nach oben rechts Das deckt ja immer weiter Und weiter Und weiter Da hat echt nicht viel Platz Hier auf der Map Ja, halt in den Dingern drin Deckt man dafür Richtig viel ab Ja Okay So Dann Chinook Oh, das sieht nicht gut aus Klar Ach Ne, kauf Leben Kauf Leben Ich kauf Leben Mach ich Ganz viel Komm zurück Komm zurück Ich muss bei ihm die ganzen anderen Hier ist so viel Stress Ich fliege noch mal vorbei Ich fliege noch mal Was passiert denn jetzt? Nein, nein, nein Was passiert? Oh Gott Die Fähigkeit oder so Ach ja, wir werden Ganz easy Hol leben Hol leben Ich will gleich leben Ich muss ja noch die Verankerung Weißt du Ja, leben Jetzt habe ich acht Stück Kriegen wir überhaupt noch Leben dazu? Irgendwie ist Ewigkeit in kein Leben mehr getroffen Ja, wir kriegen nur Geld Das will ich mit Geld Ich bin mir gekäppt Oh, fünfmal Da, guck mal Oh, siebenhundert Wie krass Da, noch mehr Leben Oh ja Tausend Wenn da irgendein Schiff durchkommt Sind wir wahrscheinlich trotzdem Instant down Nicht, wenn wir genügend Leben haben Hä? Äh, ich habe es nicht mehr gesehen Äh, ich auch nicht Warte einmal weiter Ich habe nichts gesehen 104 Was sind wir denn für eine Enttäuschung? Jetzt haben wir wieder richtig wenig Leben Ja, jetzt ist das Leben weg Ja, wow, okay Ja, guck mal Es kommt gerade wieder Siehste, 300 Da, zack Warum sind da welche auf Patrouille? Wenn ich hier gerade alle neu gekauft habe Ich muss die krezentieren Hä, hä Gleich 800 Leben Jaaa Erst alle raus Und dann sammeln Jaaa 1011 Schön machst du das Ja, du hast da noch richtig viel Platz Wenn du die Verplägen abreißt Ach, stimmt Boah, du hast so gute Ideen Hä, hä Ey, wenn wir jetzt sterben Dann rast dich aber aus Oh, Erkisten Kommt alle raus Aus den Chinooks Ich werde euch vernaschen Ja, vernascht sie Oh, plus viel Leben Oh, und jetzt nochmal Das, 10 Pakete Guckst dir an Siehst du sie Und jetzt Ja, ja, ja Sag mal Wir geben nicht mehr so viel Wie die anderen Pakete Die sind gesofftkämpft Ab 1000 Ist ein gesofftkämpft Als ob So viel Leben hatte ich noch Keinen Mensch Auf der ganzen Welt Ja, dann will ich Ah, jetzt einfach mein Held Mit deinem Geld? Ja, oder hast du was besseres Kann der noch Kann der noch Level bekommen? Ah, ja, Tatsache Ja, der hat ja fast gar Ja Lol 15, 16, 17, 18 Ich bin reich Ah, Level 20 Bin fertig So 18 Stück Dann hole ich das mal Jaaa Drei Kisten Vielleicht vier oder fünf Kisten Mit Leben Und wir bekommen Hä? Nur so zehn oder so Ja, ja, wir sind gesofftkämpft Richtig traurig Vielleicht 1200 Ja, Maudado Ja, oh Gott, schön Ja, die Kleinen Können uns nichts anhaben Oh, ein fetter Richtiger Oschi Aktiviere alles Hab ich schon Außer Eis So, jetzt Ich aktiviere alles Ja, das sieht echt schlecht aus Das sieht echt richtig schlecht aus Kriegst du, wir tanken die? Warte, ich hole meinen Meinen Typen Äh, äh, da Ich hole ihn schnell Hier ist kein Platz mehr Die bringen uns um Ja, der kommt noch einmal vorbei Da Ne, ne, ne Ich, ich, ich liefere meinen da hin Komm schon Ach, stimmt Jaaa Och, ne Affenlieferung Schnell noch ein bisschen Leben holen Wir haben gleich 1200 Schnell Hol eben Ja, 1200 Wir haben es erreicht Ziel erreicht Okay, okay, okay Gewonnen, 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 gewonnen Da ist ein Schiff durchgekommen Weil du so eine Enttäuschung bist Okay Dann bewerte den Part Schaut noch in die Videobeschreibung Da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt Bis zum nächsten Mal Tschüss, bis dann happily Schnell Tschüss Tschüss